hallo zusammen dies war das letzte bild das wir im teil 3 dieser herzreihe gesehen haben wir haben gesehen wie die herzkranzgefäße verlaufen wie sie sich immer kleiner aufteilen bis sie wirklich in jede ecke des herzens einfließen des herzmuskels und wir haben gesehen wie verstopfungen dieser kleinen adern oder auch mittleren oder größeren adern wie die sich auswirken können zu kleinen herzinfarkten mittleren herzinfarkten oder riesigen herzinfarkten wie hier auf der rechten seite des herzens und was in solchen situationen zu tun ist das ist aufgabe dieses vierten teils und dazu sehen wir uns so ein herzkranzgefäß einmal genauer an und wie immer zeichne ich das auf ganz einfache weise hier so ein röhrchen das ein herzkranzgefäß ausschnitt darstellen soll mit der blutflussrichtung und in diesem röhrchen lagern sich mit der zeit substanzen am rand ab und verengen so die öffnung das gucken wir uns vergrößert noch einmal im querschnitt an und sehen wie sich hier überall ablagerungen bilden und die weite des gefäßes man nennt das auch das lumen des gefäßes verengen und zusetzen immer weiter bis schließlich kaum noch blut fließen kann beziehungsweise gar kein blut mehr fließen kann und die voraussetzung für einen herzinfarkt geschaffen ist es gibt in diesem zusammenhang noch eine andere möglichkeit die gucken wir uns auch noch einmal an wir zeichnen das ganze also noch einmal neu wieder dieser längsschnitt durch ein herzkranzgefäß wieder der gleiche blutfluss und wieder diese beginnenden ablagerung am rand des gefäßes nur diesmal sind es nicht die ablagerung die zum kompletten verschluss der ader führen sondern reparaturmechanismen die der körper in gang leitet und versucht mittels zum beispiel gerinnungskörperchen den schaden der am gefäß rand entstanden ist zu reparieren und in windes eile geschieht genau das was nicht geschehen soll denn die ader das lumen die weite der ader wird in sekundenschnelle vollkommen verstopft durch ein blutgerinnsel wie wir das nennen es ist also eine mini thrombose entstanden die in diesem fall zu einer katastrophe nämlich einem herzinfarkt führt und die katastrophe ist umso größer je größer das herzkranzgefäß ist denn je größer das herzkranzgefäß das verstopft wird umso größer der herzinfarkt sehen wir uns die folgen noch einmal genauer an und gucken danach wie viele abzweigungen nach dem verschluss noch vorhanden sind wie viel blutfluss also gestoppt ist und je mehr abzweigungen betroffen sind ist natürlich klar umso größer ist das muskelgebiet am herzen dass kein blut bekommt und damit dem untergang geweiht ist so wie wir das von dem bild hier schon kennen wie kann uns an dieser stelle einen herzkatheter helfen wie ein katheter genau aufgebaut ist das erkläre ich in einem der nächsten videos jetzt sehen wir uns einfach erstmal an was er leisten kann und dazu nehme ich wieder zeichnung zur hilfe so wir haben jetzt hier wieder das bild eines verstopften herzkranzgefäßes das aber immerhin ein solches kaliber hat dass ein herzkatheter dort hineinpasst wir wollen uns drei verschiedene arten angucken wie so ein katheter helfen kann im falle des thrombus hier oder des gerinnsels kann er ein gerinnungshemmendes beziehungsweise ein gerinnsel auflösendes medikament direkt hier an den ort bringen und so wieder einen freien weg schaffen im falle der stärkeren verstopfung der ader also dieser rand ablagerung gibt es eine zweite variante der katheter durchstößt diese verstopfung und hat als technische variante die möglichkeit einen ballon an dieser stelle aufzublasen und so sozusagen diese verstopfung mittels dieses ballons zu sprengen und so für einen freien freien weg wieder zu sorgen für das blut das dann in die dahinterliegenden abzweigungen wieder fließen kann nun ist die frage bleibt das dann so wenn der katheter wieder weg ist die enge gesprengt ist oder entsteht eine neue enge um dem vorzusorgen gibt es diese dritte variante der versorgung und zwar die einbringung eines stands eines röhrchen im rohr sozusagen das röhrchen wird eingebracht in zusammengeklappter form und kann dann aber ausgeklappt werden so dass es wie eine kleine röhre in der gefäßröhre positioniert werden kann unter der vorstellung dass an dieser stelle keine neue verstopfung mehr entstehen kann jedenfalls keine verstopfung im gefäß wie das mit der verstopfung des stands ist darüber wird noch zu sprechen sein apropos sprechen wir müssen auch darüber sprechen wie es zu meiner behauptung kommt dass so eine tolle technik die ja leben retten kann wie so eine tolle technik auch negatives an sich haben kann wie was man daran überhaupt kritisieren kann anstatt einfach nur dankbar zu sein dass man sie hat natürlich müssen wir dankbar sein dass wir die technik haben aber trotzdem müssen wir immer auch in der modernen medizin darauf achten dass die technik in richtiger weise genutzt wird und dazu kommen wir jetzt um das problem zu verdeutlichen habe ich einmal eine statistik herausgesucht in dieser statistik ist aufgeführt wie viel herzkatheter untersuchung in verschiedenen europäischen ländern durchgeführt werden pro 100.000 einwohner pro 100.000 einwohner deswegen damit man alle länder gut vergleichen kann so macht es nichts aus ob ein land nun sechs millionen oder 60 millionen einwohner hat man kann diese zahl dann miteinander vergleichen wenn es heißt pro 100.000 einwohner und in dieser statistik gilt es dann noch pro jahr wir können also dann länder wie luxemburg und sagen wir mal italien gut miteinander vergleichen obwohl italien natürlich insgesamt absolut viel mehr herzkatheter untersuchung macht als luxemburg aber das spielt keine rolle weil es runter gerechnet ist auf 100.000 einwohner und so können wir auch länder wie die schweiz und frankreich miteinander vergleichen die viele millionen unterschiede haben in der einwohner zahl aber pro 100.000 pro jahr sind es in der schweiz etwa 200 herzkatheter untersuchung und in frankreich ungefähr genauso viel die zahl liegt bei 220 wenn wir norwegen mit dazu nehmen liegt es auch in etwa so dazwischen mit 210 untersuchungen pro jahr und dänemark liegt etwas drunter mit 180 herzkatheter untersuchungen pro hunderttausend einwohner pro jahr ich habe extra alles gut entwickelte wirtschaftliche länder genommen um den gravierenden unterschied zu deutschland zu zeigen mit 390 herzkatheter untersuchungen pro 100.000 einwohner pro jahr ja fast die doppelte zahl an herzkatheter untersuchungen im jahr wie andere große europäische nationen ist das nun gut also ein zeichen dass wir andere nationen weit voraus sind oder hat das auch einen negativen aspekt diese frage und andere fragen werden wir klären im nächsten video also im fünften teil der herz serie wenn sie nichts verpassen wollen abonnieren sie den kanal und bleiben dran bis dann bis dann